Das wollen die testen, ob das den Leuten auffällt. Wenn das den Leuten nicht auffällt, dann machen die das jetzt immer so. Wenn da keiner mehr kaut. Das ist ja cool, Lucy. Ja, ich weiß nicht, wo ich den her habe, aber... Im Millennium Falcon, oder war das das? Ne. Ne, ist das so eine Art Flugzeug. Okay. Ich kann'ite weg mit meiner Tausendwirkung. Ich will auch besser ein Horn reiten! Spinnlevel aufstieg. 10 Level habe ich gerade gemacht. Hast du doch bestimmt gekauft. Ja. was fehlt mir denn noch retail row und dann gehen wir rüber so dass die was ist das das die die wo was ist denn das die die wo die wo aber das die und die wo ja staubig staubig und versaut ich habe noch nicht zu ende geraucht das ist nicht gut hier zu früh persönliches pech genau wir gehen danach auf jeden fall zum dass die die wo ich muss mir merken und welche richtung dass die die foto ist das sind so viele kraft die so ähnlich aussehen ja ich habe eine granade sachsen wo die schönen mädchen wachsen da wachsen schöne mädchen ist so ein schönes mädchen hier ist irgendwo noch eine kiste alles mails jetzt habe ich die kiste kaputt gemacht das wollte ich nicht aber ein raketenwerfer habe ich habe ich auch ich will mir auch jetzt nicht müssen wir anfangen ja fangen wir da an dann habe ich jemand zum reden hier ist irgendwo noch eine kiste ich brauche erstmal gemütlich obwohl wir wollten so dass die die bot ihr müsst mal auf mich warten die kleinen hamsterbacken das geht die bot ich muss ja auch erst mal hier looten ich habe nichts vernünftiges ist es dann nimm was unvernünftiges wo ist denn die kiste könntest du eigentlich einfach mal warten ja ja gestern 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 dann geh doch geh mit gott und komm nie wieder und nimm ihn mit ja ja und behalte ihn ja bloß ich will noch das die die bot sag mal wo seid's denn jetzt himmel herr ach gott wo bist du denn ich hab den letzten gartenzwerg gefunden bist du bei paradies palms der letzte garten wo ist der letzte gartenzwerg wo bist du überhaupt da wo ich grad war wo bist du denn am arsch ich bin ich bin nicht allein ich bin auch am rauchen ich kann nicht bitte das habe ich aufgegeben ich werde gerade gejagt wo ist der böse mann nach irgendwo in der stadt hinter dir sind zwei ich sehe sie ja schön ich versuche einfach nur noch weg zu rennen ah verdammt aaaaaah mit der pistole headshot ach komm jetzt noch wer bei dir los irgendwo werde ich noch beschossen ja aber haben die gar keinen loot dabei gehabt irgendwie verstehe ich nicht wir warten kommt ihr zu mir immer dieser stress ja wir wollten so dass die die boot ne wo war jetzt der der gartenzwerg hier beim glasi oh man warum bist du denn so weit weg ich wollte den gartenzwerg dann schaffen wir es nicht mehr so dass die die boot da läuft wer drei drei laufen da toll die lass ich laufen wo ist karte ihr seid profis ich küsse eure herzen oh mein gott wer ist denn warum wie bist du so weit weg gekommen ich verstehe das nicht mit einem kreppler mit einem was mit einem fördner mit dem kreppler mit dem kreis am ding ach mit dem kreis am ding mit dem kreis am ding mit dem kreis am ding ich bin auf der falschen seite ja ich bin auf der falschen seite als ob ich das jemals dahin schaffe ich habe einen luft ich komme zu euch wir treffen uns alle ich denke ich bin ich weiß nicht wo ich bin ganz ehrlich ich verstehe nicht wirklich wieso du so weit weg gelaufen bist ich weil ich den gartenzwerg ich geh zu Lucy ja ich wollte ja auch einen gartenzwerg aber woher wusstest du dass der gartenzwerg da ist hier ist ein lach habe ich bei youtube gerade geguckt da geht es nicht weiter nein da geht es nicht weiter kommt her kommt her ich komme zu euch ich bin gleich da ja kommt her wir sind eher da ich habe gleich den gartenzwerg und zack und ihr nicht und jetzt einfach zu blauen macht es schießt wer auf mich da siehst du ja wir kommen ja ich sehe geh den gartenzwerg holen geh den gartenzwerg holen mein kägel geklaut yeah wer war das geh deinen gartenzwerg holen ich weiß nicht woher weiß ich denn dass ich jetzt alle zwergis habe ich weiß nicht woher weiß ich denn dass ich jetzt alle zwergis habe das sagt er dir da läuft ein busch ne das sagt er dir nicht ne zwerg eingesammelt aber ich kann euch notfalls auf dem Discord ein tiktok video reinschicken da sind alle zu lange drauf ich wöpfe hinter dem busch her soll ich dann mal das video reinschicken gleich sofort jetzt machen wir erstmal den den gegner da da sind sie da haben wir da zu früh klar sie meine arzt hat wer hat wer raketen munition ja nimm das schluss ich habe zu viel raketen munition die macht ja gar keinen schaden er muss auch treffen die ganze zeit ich wollte eigentlich das haus zerstören die häuser waren früher stabiler früher war alles besser oder war ein busch warum fahren die fahrstühle in fort nicht ich habe keinen keine munition mehr ich nehme eine rauchbombe dafür nur schrott möchte nur ein blaues maschinengewehr gesundheit kann ich nicht ein blaues maschinengewehr haben ich will ja gar kein lilanes oder wird ja einfach ein blaues maschinengewehr das auto lässt sich schlägt da ist noch ein busch wir sind gleich fertig glas eine grüne maschinenpistole blaue maschinenpistole nehme ich auch wo war der busch wo ich markiert habe da im poolhaus ja du bist schon gut glaube ich ja hast du hast ja in der wüste bringt er natürlich nicht so viel alter der macht meinen busch kaputt wer schießt das bin ich irgendwer ist am schießen das war ich dann muss jeder nicht kaputt irgendwer schießt auf mich zwei büsche treffen sich oh mein gott ich hab zwölf ap ich versuche doch mal in die richtung gehen zu kommen was du hast zwölf ap wo also warum läufst du so schnell weg das klappt so nicht wo seid ihr wieder hingelaufen ich geh zu los hier unten dem kaleb was heißt das gelbe schild das ist keine ahnung das ist neu das war früher nicht wir sind nicht allein ich bin nicht allein ich versuche unauffällig zu fahren es wird immer nützlich da es ist total unauffällig wenn zwei büsche mit einem golfcar durch die gegend sausen unauffälliger geht das schon gar nicht mehr wollt ihr nicht bei uns bleiben vielleicht haben die kiddies rugbybubble getrunken und erkennen das gar nicht ich sitze nur als beifahrer bleib doch mal bei uns also bei mir also das autofahren muss karlab echt noch üben du läufst und läufst und läufst und bist immer noch nicht da ja hier sind auch ganz viele gegner am besten gar nicht zu uns rüber kommen alter schwede das ist meine ich nicht oh mann ey also wenn du rechts da kommt der loot drop rechts da war ein lama im wasser die hüpfen nicht geht doch ja ja toll das ist ja das kann man einfach searchen lucky loot das braucht man gar nicht mehr da ist noch ein busch äh so ne ja ist ja gut warte ach ne kann ich nicht aufnehmen ja ok bitteschön dankeschön man kann sie einfach benutzen ja ich geh jetzt Richtung Blatt wo sie nachdenrechen nur Schrott in dem loot drop das ist ja nicht wahr mehr Spaß gemacht als man sie jagen musste da hier sind Gegner wo sind Gegner hier bei mir ja ich bin auch bei dir komm gleich wieder zurück ich will nur einmal kurz die letzte Geschichte hier aufdecken um jawoll muss ich immer noch nach das dir die boot ich muss immer noch nach das dir die boot gefährst du mich nach das dir die boot ich hab sie hat wieder nichts für mich übergelassen ja wenn du zu spät komm für mich seitdem aus du wehen kannst bleibt das oh das war jetzt aber ich bin nicht dick ich bin nicht dick du bist lustig angezogen ich hab nur schwere hab nur schwere Knochen ah schon wieder schießt einer auf mich wir haben jetzt passiert ne ich hab genau da hingeschossen und trotzdem hast du den Kill gekriegt das ist unfair ich kann nix dafür so ich geh jetzt runter zu Lucky Lane ich geh jetzt hier runter da schießt wir auf uns da kommt jetzt schon wieder einer ihr seid nicht alleine ja ja ooooh man ich kann das nicht mehr ich bin waren das alle ich hoffe ich will nach das dir die boot boah echt das schon ist da kommen wir nicht mehr hin ich geh jetzt runter ich geh jetzt einfach da kommt jetzt der nächste Gegner ähhh hier krabbelt noch einer alter der will sich verstecken irgendwer schießt auf mich wir schießen den nächsten da ja ich hab schon wieder ein Kehr gemacht das ist unfair rechts wird rebooted irgendwo und irgendwo wird noch geschossen wir sind gleich fertig quasi nur noch 15 wo denn ich seh den nicht irgendwie hätten die das laufen ein bisschen weiter machen können wenn das wenn das alles schon so siehst du ihn? ich hab den Busch weggeschmissen jah er ist weg ich bin noch nicht level 40 mal gucken wo die schießen da sind jede menge wo ich markiert habe da sie haben mich im visier klar sie wo was machst du denn mach mal deinen job ich muss weg sie sind biestig die können aber machen ich bin raus ich verziehe mich und das sind 15 sekunden funktioniert mein name ruft mir hilft mir nicht beim konzentrieren jetzt bräuchte ich nicht weiter bist du voll tot oder bist du nur halbtot ja die sind doch dort hinten los hier vorne haben sie auch gepufft gepufft wo ist der glasi da ist die lucy ich bin hier oben glasi wo bist du ich sitz hier oben ich seh ihn nicht ach da ja ja ich seh dich musst du immer auf das hören was ich sage ja danke wo sind sie denn also viele können es ja nicht mehr sein da hinten da 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 läuft der zweite warum schießen die denn immer auf mich stehe ich immer so scheiße ja 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 er kann sie nicht mehr verstecken er kann sie nicht mehr verstecken auf was schießt ihr denn da da ist doch nichts auf den gegner da ist einer bei mir hier schieß mal auf meinen gegner der hat nicht mehr viel ja ich kann nicht ich hatte grad wo bist du denn da ist er da oben ist er da oben ist er ja ich komme er ist oben auf der wollen wir zu den links was er hüpft da hinten hinter hinterm berg hinter uns hinter uns lucy pass auf hinter uns oh Gott wo oh mein Gott ja ich sehs ich sehs oh scheiße ja noch der hüpfer ich hier 33 von links kommt einer hab ihn gefinisht ist er weg nein die die weg hatten also ist der eine noch da ich hab nur noch 41 leben ja da ist er ich hab ihn hier oh nein aber hat nicht mehr viel hol ihn hol ihn was lucy warte hier sind wir noch einer hol den glasi hol den glasi hol mich wieder ja warte aber schnell ja schnell ist gut ich knabbel ich krabbel in Richtung Zone da irgendwo ist er 3 2 warte ja und los ich bin tot ja egal ja finde ich auch sehr geil ich bin hier oben seh ich genauso oh Zone ist echt Freiland jetzt mach den aber mal kaputt hier ist es nur einer? ja ich würde sagen das ist noch einer ist der letzte wo ist der? weiß nicht da ist noch loot da bloß wir nehmen das auf da das das andere auch das blaue ich hab noch was gutes nein das ist besser muss ich ich muss damit auch schließen können ja damit kannst du schießen jetzt gibt's große camper ich hab ja nicht mehr im busch ich brauch queen life das ist ein verbinder luciat granaten ich könnte uns in rauch setzen soll ich nein nein dann sieht er ja genau lass Zone gehen ich dachte wir sind Zone war fortnite voll das camperspiel früher ja ja der rebootet ok der rebootet nein ja aber das ist doch naja wenn er das überlebt er ist hier direkt am wagen wir haben viel zu viele wins geholt heute meinten kids meinten kids ich hatte auch welche ich hab auch welche gemacht warte ich guck mal wo kann man das sehen ich äh bei match statt ist da oben ich hab zwei und zweimal geholfen ja es ist es ist es ist es ist es ist es ist schon spät du hast das sehr gut gemacht lasihan ja karl f hat das auch ganz toll gemacht also stefan äh und ich und du hast das natürlich auch ganz toll gemacht antilus natürlich du am besten japan jetzt ich